So, damit, ey, ich hab dich zurückgespult. Müsste ich live sein? So, und die Welt wird erstellt. Dashboard. So, ähm, ja, der Titel ist ein bisschen, ich hab das nicht extra in Caps geschrieben, damit mich die Leute nicht fragen, ob die mitspielen können. So wird es aber relativ unspektakulär, denn ich hab mir vorgenommen, nach Diamanten zu farmen. Dementsprechend mach ich mir ein paar Spitzhacken, denke ich, und Fackeln. Ich hab keine Fackeln, ernsthaft? Doch, hab ich, aber es sind nur neun. Hab ich eventuell in meiner Truhe noch Fackeln? Ähm, nein, hab ich nicht. Hab ich Kohle bestimmt, hab ich Kohle in meinen Ofen. Moment, aber ich werde, ehrlich gesagt, hier ein bisschen Stuff raussortieren. Das sind die, die ich nicht brauche. Ich hab jede Menge Stuff, denn ich hier, ich hab so viel Müll im Inventar. Oh, die Stöcke behalte ich mal. So. Ja, hier ist Kohlebumm. So, mach ich mir Fackeln. So, ich hab bisschen Eisen für ein paar Spitzhacken. Warum ist das nicht gestackt ernsthaft? So, mach ich mir ein paar Spitzhacken. Und ein paar Schwerter. So. Sollte, denke ich, reichen. Ja, gut. So, ich muss was essen. Ja, komm. Am Anfang esse ich noch die sieben verrottetes Fleisch, damit ich einfach los bin. Ah, ich bin vergiftet, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. So, dann geht's nach unten. Aber das ist eine unspektakuläre Folge, falls ihr euch wundert. So. Ja, das gehört auch dazu. So, das Redstone ist mir immer noch egal. So. Waren da Diamanten? Nein, waren nicht. Okay. Keine Ahnung, wo ich da was Blaues gesehen hab. Ich hab irgendwo was Blaues gesehen, aber ich hab keine Ahnung wo. So. Ah, ich hab... Hunger. So, kommt das nächste Essen hin. Da kommt jetzt... Ich hab gar nicht mehr so viel essen. Hm, das ist nicht schön. Egal. So, das sollte ausreichen. Ja, ehrlich gesagt. So, ich hoffe aber kein Kies. Das wäre ganz cool. So, der ist, äh... So, der ist, äh... Die ist nicht so gut, der ist gut, der ist gut, der ist mal... Schön, wollen wir jetzt schon schnell ab. Dann müssen wir jetzt sein... Ja, das ist ja nicht so gut. Oh, der ist ein bisschen gerade unter der Erde. Aber, was soll das? Hmm. Nichts Besonderes. Warum ist die Erde mit dem Schnellprober? Das ist nicht schön. Ich habe auch den Schnellprober hier mit dem Schnellprober. Ich habe schon immer mehr aufgeworfen. Ich bin sehr gut. Und... Ich glaube nicht. Ah, eigentlich hier. So. Also... Ah, ich verschworte sich ja eh zuerst. Okay, cool. Also, es war ganz cool, aber ich will ehrlich gesagt eher Diamanten. Irgendwann finde ich schon welche. Das weiß ich. Irgendwann, treff ich auf Diamanten. Aber das gerade ist nur Wann. Also Schlaf, die sind keine Diamanten. Haben sie mit Schlafis? Ja. Aber er hat mich immer entschieden. Ähm... Ich weiß nicht, welches brauche. Weiß ich, wo ich welches finde. So. Ich weiß nicht, ich hab's genug gelacht. Ich hab's nicht gehört. 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 Die Erde. Ernsthaft. Die Erde ist voll da. Und Bokast 33. Hi, willkommen. Wo ist die Erde? Die Erde, ernsthaft. Die Erde ist voll da drin. Wo ist die Erde? 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 Es war sehr doll, die Erde. Ja. Das ist so. Das ist so. Dann haben wir auch noch ein paar Kräuter. Hmm, dann muss ich hier herausfinden. Ich muss jetzt nicht mehr mit dem Schrauben sich das an. Ich habe noch einen Schrauben. Ich muss hier etwas wissen. Es gibt kein Kies mehr. Nein, danke! Danke! Das hier kein Kies mehr ist! Danke! Das ist super! Endlich! Kein Kies! Und keine Erde! Toll! Keine Erde und dann kommt direkt wieder Erde. Schön! Ah, da sind Steine. Ja, ich bin wieder... Steine kann ich nicht mit dem Stein abbauen. Ich will aber keine Kohle. Was soll ich mit Kohle? Ich hab genug. Ja... 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 ... ... ... ... ... Okay. 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 Oh, das ist so cool. Wir sind ja... Wir haben ja nicht mehr da. Vielleicht ist es ja... Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein... Ah, ja, ich bin ein... Ah, das ist halt etwas ausreichend. Das ist ein... Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein... Das ist ein ... Ich bin ein... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da liegt das Problem. Eventuell habe ich auch nicht so eine gute Taktik. Ich glaube, ich sollte mir mal anschauen, wie Speedrunner nach Diamanten suchen, weil... Das wäre wirklich ganz geil, um das zu wissen. Okay. 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 Schade. Okay. 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 Soll ich in der Regel etwas anders schreiben, weil ich habe es gerade so stehen, dass... Leute gebannt werden, die fragen, ob die mitspielen können. Beziehungsweise die gegen eine Regel verstoßen. Und direkt bei einem ersten Regel verstoßen. Ja, keine Ahnung. Und ich habe doch drin stehen, dass man nicht fragen soll, ob man mitspielen soll, weil... Ich weiß nicht, dass das einfach... Ich weiß nicht, dass da drin stehen habe, oder? Ich weiß nicht, dass das eventuell etwas zu hart ist. Ich finde, der ist bestimmt viel zu hart. Deswegen werde ich das glaube ich auch ändern. Kann... Also, kann man Leute irgendwie timeouten? Mal sowas Interesse, die... Ich kann die Nachricht löschen. Das wäre auch eine Strafe. Lol. Aber das... Aber schreibt die Person das wieder. Ja. Dann wäre es doch sinnvoller, den Faktiv darauf also antworten. Ja, keine Ahnung. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. So. Übrigens, wenn die Spitzhackel kaputt ist, ist der Stream vorbei. So. Oder habe ich noch eine andere? Nein, habe ich nicht. Also... Und... Zapkilua ist da. Hi. Willkommen. Eventuell. Wobei, ich mache mir einfach eine neue. Ist jetzt auch egal. So. Oh, das ist Lava. Die will ich nicht. Oha. Das ist hier Lava. Komm ich zu. Ja, hier. Ok. Oha. Und Gui Jotz wird uns Nelvers beigetreten. Hi. Willkommen. Und dann geht es jetzt zu Lava. Die Lava? Der Lava, meinst. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Ja. Perfekt. Aber ich muss mir einen Ofen machen. Egal. Habe ich irgendwas, was ich brennen kann? Das ist die große Frage. Ja, vielleicht. Ich hoffe es einfach mal. So. Ja, ich habe Kohle. Ok. Ja, das würde ich eigentlich sogar nicht mitnehmen. So. Planänderungen. Das Stream endet doch nicht, wenn die Spitzhörer kaputt ist, weil der Lava wahrscheinlich niemals 20 Minuten geht. Das wäre nämlich jetzt ein bisschen 21 Minuten. So, drei reichen eigentlich aus. Ähm. Ich habe so viel Schwachsinn. Tue ich mal ein paar Sachen hier rein. Zum Beispiel das Kies. Das Bruchstein, das Bruchstein, das Bruchstein, das Bruchstein, das Kies. Ja, ich habe o so bisschen Platz für mein Inventar. Schön. So, dich brauche ich, und dich brauche ich, und dich brauche ich. So. Moment, ich habe ein Schwert in der Leiste unten, egal. So. Ah, okay, das war's schon, gut. Ich dachte, es kommt was richtig spektakuläres, aber nein, natürlich nicht. So. Warte. Oh, das ist nicht so, okay. Oh, das ist nicht so, okay. Das ist nicht so, das ist zu viel, das ist einfach nicht. So. Frag mich, warum ich da weiter abgebaut habe, weiß ich jetzt selber nicht. Mal schauen, wann die Diamanten kommen. Ach, die Wäldermusik. Die Wäldermusik. Die Wäldermusik, die Wäldermusik. Ich hab' ja auch gefühlt jedes Mal, wenn ich diese Musik höre. Was ist wirklich? Moment. Ich will wissen, wie lange das noch geht. Anstatt da einfach hinzugehen. Vielleicht aber muss ich ja gar nicht frei bauen. Hier noch? Ja, hier ist noch. Hier ist quasi der Anfang. Geht mal rein. Ja, definitiv der Anfang. Ah, cool. Gold. Das freut mich definitiv. Gold. Oh, wo kann ich goldene Äpfel machen? Hier ist Eisen. Habe ich das lieber sehen? Anscheinend. Sogar ganz schön viel. Ah, wie kann ich das denn übersehen? Mir gefällt's nicht, wie das Wasser da ist. Dass ich mich da irgendwie durchkämpfen muss. Jaaa, schön. Da ist bestimmt eh nix. Okay. Sonst geht's wieder raus. So. Oh, Marika, der ist. Mh. Mh. Ja, aber das ist nicht davon. Nur auf die Kies. Ich fände das auf die Kies. Nein, niemand hat Lust auf die Kies. Warum existiert die Kies überhaupt? Ja, so. Das ist ne gute Frage. Und jetzt brauche ich ne Kies noch das hin. Das ist Wasser? Warum ist da Wasser? Ah, okay. Ich sehe was Interessantes da hinten. Da leuchtet was. Ah, das Wasser stört. Dankeschön. Das ist Gold. Hier ist Eisen. Da sind Diamanten. Ich hab die heutigen Diamanten gefunden, aber ich mach mir ne Eisenspitzhacke ne neue. hier. So, ich hab hier genug Holz, äh, Stein für nen weiteren Ofen hier. Bumm. Warum sind die hier nicht gesteckt? So, und das Gold mitnehmen. So. Und dann sauchze. Was? Ja. Ja, das reicht mir aus. Moment, ich stacke dich. Und dich auch. So. Oder eine weitere... Ah, ich hab keine Stöcke. Warum hab ich keine Stöcke? Was ist da los? Eisenspitzhacke. Bumm. Also meine Frage, hier ist noch Eisen. Cool. So. Hier ist eine Menge Lava. Hier ist wirklich eine Menge Lava und Eisen. Also es sind mindestens drei, das ist schon mal schön. Aber die bau ich noch nicht ab. Ich geh erstmal hier lang, das war sehr schlau von mir. Das wollte ich eigentlich gar nicht, dachte ich auf Wasser. Na, ich hab den Wassereimer, aber hatte ich nicht. Da ist Gold. So, ich seh schon gleich, kommt Lava auf mich, aber anscheinend noch nicht. Okay, gut. Ja, das ist gut. Keine Lava. Ich liest auf mich, das ist schön. Wie lange liegt die Spitzhacke noch aus? Ja, hier ist nix mehr, okay. Gut, ist hier noch irgendwas spektakuläres, außer Wasser? Eventuell. Eventuell dann. Hier gibt es die zweite Reihe noch. Ja, im Fall auch das noch. Okay. Ja, ich hab die Diamanten gesehen. So, ist hier noch irgendwo was? Hier ist definitiv nix mehr. Und hier, wie sieht es hier aus? Hier ist wieder so n... Ach, ich hab keine Lust. Das kannst halt. Oder endet's aber. Dann... Schauen wir doch mal. Ich fabbel nicht mit. Wow. Okay, das... Das ist für den nächsten Stream. Das ist der nächste Stream. Ich hab den nächsten Stream gefunden. So, hier war, glaub ich, nix richtig. Richtig. Und ich... meine Wanten nicht betreten. So, gern. Wird dieser Stream beendet? Sobald ich alle Diamanten abgebaut hab. Es waren vier. Fünf. Und das Eisen. Nehm ich auch noch mit. So. Okay. Ist die Spielzeit immer noch kaputt gegangen. Das freut mich. So. Das war dann. Aber. Dieser Stream. Wir... Ähm... Auch wenn ich keine Zuschauer hab, werde ich jetzt trotzdem mal jemanden raiden. Einfach just for fun. Deswegen, das war's mit diesem Stream. Wir sehen uns. Irgendwann. Wieder. Ähm. Wen rate ich? Ähm. Minecraft. Äh. Leicht Dragon Ball Deutsch. Das ist äh. Brawl Stars Live. Und der Minecraft Gamer. Hi. Willkommen. Du bist leider schon am Ende angekommen. Die Frage. Ist rate ich irgendjemanden? Sachen. Irgendein User 581. Äh. Mit euch zocken. Hm. Dass ich mir nicht anschauen kann, was die so treiben. Das ist ein bisschen los. Hm. Ja, dann doch niemanden. Lol. Das war's dann aber jetzt wirklich. Wir sehen uns irgendwann wieder. Auf Perfekt mit der Super Mario 64 Credits Musik. Wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Der hoffentlich morgen wieder ist. Bis dann. Und. Ciao. Ding.